Wir kochen heute gemeinsam. Was kochen wir? Wir kochen sehr qualitativ Pasta. Pinguine mit Zutaten sind die Basis frische Zwiebel, Zucchini, rote Garnella, Zitrone, Pestazien. Dadurch, wenn wir die Prosecco benutzen, kriege ich keine Tomaten. Es wird zu sauer. So, und jetzt muss man... Aber bevor wir das reintreten, muss man probieren. Muss man probieren. Salute. Salute. Deine Sache muss nach Gefühl gehen. So wie in der Oper, oder? Ganz genau. Oder in private Schwerer mit einer Frau. Oder? Ja, auch. Was sagst du? Ja, genau. Muss nach Gefühl gehen. Ja, auch.